Hi, willkommen zum Adidas Adipro 19 Torwarttrikot. Das Adidas Adipro 19 Torwarttrikot ist das Torwarttrikot für die Saison 2019-2020. Eine Besonderheit ist dabei das seitliche Design der drei Streifen, das du erhältst. Zudem bekommst du das Torwarttrikot mit einem anatomischen Schnitt. Der anatomische Schnitt sorgt für eine ideale Passform bei Torhütern. Zudem kannst du das Trikot mit einem absolut eigenständigen Design kaufen. Das Brustdesign streckt sich auch über den Rücken und macht das Trikot zu einem außergewöhnlichen Jersey. Das Torwarttrikot bekommst du ohne eine Rückennummer, sodass du deine Wunschnummer auf das Trikot bedrucken kannst. Neben der Nummer 1 sind auch andere Nummern natürlich möglich. Die Besonderheiten beim Trikot sind das eigenständige Design, eine verkürzte Schnittform an den Händen für deine passenden Torwarthandschuhe, sowie ein einfach cooler Look, den es so bei keinem anderen Jersey gibt. Das Adidas Torwarttrikot erhältst du neben Grün auch in anderen Farben und somit wirst du mit Sicherheit auch deine Lieblingsfarbe beim Torwarttrikot finden. Gehen wir die kurze Checkliste für das Torwarttrikot nochmal durch. Es gibt das Trikot in Größen für Erwachsene. Du bekommst das Trikot in Kindergrößen. Du kannst das Trikot aus einem Klima-Cool-Material bestellen, das besonders funktionell ist. Zudem ist es das Trikot der Saison 2019-2020. Es wird auch vom Bundesliga-Torritern getragen und ist damit ein echtes Profi-Torwarttrikot. Und der anatomische Schnitt unterstützt dich bei deinem Torwartspiel. Das Adidas Adipro Torwarttrikot erhältst du wie immer über den Link unten in der Beschreibung. Und dann wünschen wir dir viel Spaß mit dem neuen offiziellen Torwarttrikot der Saison 2019-2020 von Adidas. Und dann wünschen wir uns den nächsten Spot.